Herzlich willkommen zur Umlaufmappe 2313. Heute geht es um Grundschulkinder und da sind Sie als Eltern heute gefragt. Liebe Eltern, ab 2026 tritt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter in Kraft. Hierauf bereiten wir uns heute schon bei der Stadt Neuwied vor. Ganztägige Betreuung in den Grundschulen reicht vom Hortangebot über betreuende Grundschule bis hin zu den Ganztagsschulen. Was für Sie und auch für Ihr Kind am besten passt, das wissen Sie am besten. Wir sehen es als unsere Aufgabe, das Angebot in Neuwied an Ihren Bedarfen auszurichten. Auch Sie als Eltern können aktiv die Zukunft Ihrer Kinder in unserer Stadt mitgestalten. Machen Sie mit, nehmen Sie an der Umfrage teil und liefern Sie uns gute Argumente, um eine innovative und zukunftsorientierte Schulentwicklungsplanung in unserer Stadt vorzunehmen. Für unsere Kinder. Nächste Woche ist Karfreitag und da werden wir keine Umlaufmappe produzieren. Aber ich wünsche Ihnen jetzt schon ein fröhliches und gesegnetes Auferstehungsfest. Untertitelung im Auftrag des W tuttosführungsfest!